Ja, Felix Kühn ist mein Name. Ich bin OR-Absolvent. Ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht und schimpfe mich mittlerweile Director UX Architecture. Bin also jemand, der sich Informationsarchitekturen ausdenkt. Ich arbeite in einer Agentur, in einer mittlerweile auch etwas größeren Agentur in Düsseldorf. Wenn du ein soziales Medium wärst, welches wärst du dann? Ich wäre gern Instagram. Ich mag bildgewaltige Sachen sehr gerne, fotografiere auch selber. Mein Leben ohne Internet wäre, also als jemand, der in einer Agentur arbeitet und da das Digitale vertritt. Das geht ja nicht ohne Internet. Das heißt, ohne Internet wäre ich wahrscheinlich relativ aufgeschmissen. Wie leicht oder schwer fiel dir die Jobsuche nach dem Bachelor? Ich habe in meinem Praxissemester schon mit zwei Agenturen Kontakt aufgenommen. Bei einer hat dann auch gearbeitet. Tatsächlich hatte ich das große Glück, in dem Moment, als ich die Bachelorarbeit abgegeben habe, hatte ich praktisch schon einen Vertrag unterschrieben. Was brauchen Studierende für das OR-Studium? OR-Leute sind halt irgendwie immer sehr, sehr nett, sehr kommunikativ. Und ich meine, es ist ja auch ein kommunikativer Studiengang. Deswegen, glaube ich, tut man gut daran, wenn man auch ein bisschen offener ist, Spaß hat am Feiern. Aber das gilt eigentlich für alle Studenten oder Studierenden. Super Sache. Auf jeden Fall machen. Welches Semester war das anstrengendste? Unspannende Antwort auf eine sehr spannende Frage. Das letzte, indem man die Bachelorarbeit schreibt. Wie würdest du deiner Oma erklären, was du auf der Arbeit machst? Leute, das habe ich versucht. Ich plane Maßnahmen, die miteinander verzahnt sind. Und es geht im Großen und Ganzen in Kommunikation. Mein Schwerpunkt ist dann, wie sieht denn eigentlich so ein Webauftritt aus? Wie sieht eine Landingpage aus? Wie ist das irgendwie sinnvoll, miteinander zu vernetzen? Meine Oma würde das dann auch nicht verstehen. Ich bin derjenige, der grob darüber nachdenken kann, wo auf der Webseite der Kaufen-Button hinkommt. Ah, das heißt, du verkaufst Sachen online? Nee. Nee. Okay, das heißt, du schreibst Texte für Buttons? Nee. Ich glaube, sie weiß es bis heute nicht. Ich kann es nur versuchen. Seitensностью. Nee. 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 Ja.